Wie geil, wenn du einfach alle Marketing kriegst angesandt. Keine SIP-Simile, sondern 16.999.999. LOL, okay. Kann man ja schon mal sagen, dass Farm-Tieber kaufen für Geld? Why not? Wenn du eh noch PvE spielst. Ähm, ja naja, das Ding war, ich wollte eigentlich am Anfang damit Ding hinzufarmen hier. Das war... Kannst ja immer noch umsatzen, was ein anderes. Kannst du einen GP haben, wenn du willst. Ich mag halt irgendwas. Das nervt mich so mit dem KKM, Alter. Warum? Ja, wenn du willst, kann ich halt auf einmal, ne? Also ich hab damit eigentlich kein Problem, 2-Til zu spielen. Das Gute ist, der Ranger mit seinem AOE macht schon gut aus. Nein, nein. Vor allem ich mit meinem AOE. Du stehst aber mit dem Raum und AOE ist einfach ins nichts. Da stehst du wirklich mit 15 Meter neben dem nächsten Mob und so und AOE ist einfach nix. Ist die AOE, Mann. Keine Scheiß. Alter ist der Increase-Penya-Rate für den Dungeon Brutal. Echt? Ach stimmt, ja stimmt. Martin eben gerade... Ja, ja, das hat erstmal gedauert. Den Denkprozess im Kopf hätte ich gerne gerade mal gesehen. Ne, ich hab vorher gerade F12 gedrückt. Ich hab vor F12 gedrückt und hab dann gesehen, okay, die droppen 200-4000 Pinja oder so. Wie viel 200-400? Nein, mehr 4.000. Und nach mir gerade so, naja, hab jetzt überlegt, das ist 20% geht eigentlich. Achso. 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 Was gut ist, ich hab's auf beiden Schars gedroppt. Achso. 140 Mio. Stimmt, du bist ja mit beiden Schars. Oh lol. Ich glaube, da ging mal... Oh mein... Alter, voll krass. Ab jetzt geh ich gerne immer mit 2 Schars rein. Das ist ja... Echt krass. Das ist echt krass. Also das Ding ist, dementsprechend würde sich halt Solo-Farm halt wirklich lohnen. Bekommst halt zwar nur einen Waffendrop eventuell, aber dafür bekommst du halt... Solo-Farm? Boah, ich würde sterben. Boah, ich würde sterben. 35 x 8. Also... Ooooooooh. Ooooooh. 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 Meist du Leistungskurs? 280 Mio? 280 Mio. 300. 300 Mio. 200 Mio. 288 Mio. So, wenn ich irgendwelche Essensgeräusche mache, bitte einfach Bescheid sagen. Was machst du? Ich esse halt mal. Das stört mich. Ich... Ich... Es gibt nichts, was schlimmer wird. Oha. Habt ihr die Quest angenommen eigentlich? Ne. Ich auch nicht. Oder? Was sind denn... Die Dungeon-Quests. Was? Oh shit. Oh, warte. Doch hab ich sie da. Ach, es bringt nichts, weil wir nicht Last-Hitten. Geil. Defeat Final-Crain-Machinery-Thingen-Distrook-Dungeon-Habbel. Und deswegen... Fuck Wurfs muss ich sagen. Was für meine Quest? Ne, es gibt... Es gibt für jeden Dungeon eigentlich eine Quest. Ach so. Und was... Was hat man denn dazu? Eine Vampire-Box. Das heißt, du kriegst quasi nach 10 Dungeon-Runs... ...safe eine Waffe eigentlich. Oh. Mhm. Aber man muss dann Last-Hitten. Man muss Last-Hitten, ja. Hallo. Okay. Hast du die Quest angenommen? Wahrscheinlich. Doch. Fuck. Ey! Äh, ich hab nichts gesagt. Bei unserer Gilde wird nicht geflammt. Unsere Gilde ist sehr freundlich. Ja, stimmt. Wir sind sehr anfängerfreundlich. Ähm, generell freundlich. Hier werden auch keine Leute Snoop bezeichnet. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ach stimmt, warte mal. Ich könnte mal bringen, Marcel. Vielleicht sollte ihr mal was machen. Er hat gesagt, dass ihr euch mal was machen. Ah, aber der hat sein Ringmaster eh noch selbst gefunden. Ich glaube, sein Ringmaster ist in Flage. 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 Ich muss sagen. Wie hieß die Gilde? Hat nicht auch dieses Vampire Dungeon Quest Item da? Nein. Nicht? Das bekommst du wahrscheinlich nur, wenn du die bestest. Nee, das ist im Item-Tab. Ach so meinst du? Hab ich nicht. Möglich. Möglich. Boah. Musik wäre jetzt gegangen. Aber. Gibt es nur eine lizenzfreie Ausführung. Yay. Müssen wir alle Drops auf Lieder stellen. Nur noch der Party Lieder die Drops bekommen. Wäre halt richtig asozial. Auf gar keinen Fall. Nee, nee. Aber IP-Drop geht trotzdem. Naja, aber ich meine. Der Boss hat halt zehn NPC-Waffen liegen. Kann man dem Kani seine Quilby gesehen? Oh nice, okay. Und ich hab nicht mein Bett draußen. Ja, aber guck mal. Seine Suit ist jetzt nicht so nice. Die Boots sind halt richtig nice. Das hab ich mir auch schon überlegt. Warum ich eigentlich meine Gowns genommen hab. Ach komm. Aber am Anfang. Guck mal, jetzt hab ich nen Akku. Oh mein Gott, mein RM hat Akku. War auch Akku. Wird sein, macht die unsichtbar. Holy fuck, ich hab's überlebt mit meinem RM. Warum läuft der jetzt weg? Weil ich nen Net Heal. Weil ich nen Schäpplik war. Boah, hier kann ich richtig krass Ice-Cream-Packs da anfassen. Oder auch. Okay, dieser Farm dafür, dass der am Anfang so Geschiss drum gemacht hat, wieviel Damage wir machen, haut der ganz schön wenig. Der Shark hat das streamen übrigens. Also, ich hab grad nur 16k gesehen. 16k? Aber dann war das Tom-Send-Damage. Ne, ne, ich hab nicht angehört. Aber das war unglaublich seine Lone. Böse, böse, böse. Vielleicht mit GT kannst du eigentlich machen. GT, ja. Ich hab dir noch was voll. Musst immer in die Mitte. Oh. Thanks. Dicker. Dicker, Dicker. Döner? Sag mal Mittelmaß. Mittelmaß, okay. Ja, ich glaub's. So, mal schauen. Guck mal da ist Gungnir Servus Gungnir? Hä? Was? Um was geht's? Ach da lol Wäre halt eigentlich ganz geil Aber wir können jetzt halt auch irgendwie niemanden kicken wenn von denen alle bleiben Naja Ey jetzt machst du Ido V.a. wegen solchen Sachen sterben Ringmaster übrigens Ja aber auch ich machst das nicht Weil Martin Andauer und Ido macht beinahe ein Akkord Ich habe keine HP Ich sterbe halt bei allem Wäre nicht so dass du theoretisch Blockrate hast aber Ja in der Theorie Aber das bringt erst noch bloß 5 mit mir ein Blockrate Und ich durfte bloß noch bis bloß 4 ab Mann ey Alter kennt ihr diese sauren Würmer von Broly Wem? Was? Alter die Süßigkeit die sauren Würmer da Nein Ich glaube ich habe gerade Beacht mich jetzt mal nicht Ich habe gerade 126k gehabt Ach saure Würmer Ich habe saure Ich habe saure Böhmer verstanden Ich dachte so hä? Saure Böhmer Ich habe irgendwie Irgendwas mit Oliver Wie kann man das empfinden? Saure Würmer Oh ich bin gestorben Ähm Oh Barbie Kannst du vielleicht Warte kurz wenn die down sind Hier ist halt auch eine Akkord Also der braucht glaube ich noch einen Head oder was Aber jetzt ist noch jemand gestorben WTF? Was stirbt denn gerade? Ich bin gestorben ich habe 20 Geil bekommen Und ihr beschwert euch wenn ich sterbe Alter Wieso lebst du denn jetzt eigentlich auf einmal? Ach ich habe schon gerätzt ne? Ja weil du mich schon gerätzt hast Neu Kennen noch das alte System vom Offi Oder dieser Diese Idee im Offi Ähm Ähm Das quasi der Healed Ähm Akku kriegt Naja das war mal nichts Dankeschön Hm Irgendwie sind die Bugs heute sehr Komisch Oder? Warte mal Sind das alle bestimmt? Kein Crit Step Kein Mantle aus Ich hab... Na hallo Wart ihr doch meins? Hehehe Hehehe Alles super Jetzt soll er fiedert das ganze raus Er kann das Er schafft das Ja? Easy ja kein Problem Der fiedert das noch mit Lollipops raus Hehehe Hehehe Lolli Lolli Das ist Ansprung Hehehehe Hallo Du kriegst du für 36 Mille mehr? Mhm Das ist auch wert Hehehe Wow Tom der Boy voll am Schleim hier Ich würd's sagen wir sind sozial Wir haben halt kein Anderer am Style Ja Nur ein Spaß zu wählen Oh wenn ich Up Style spiele? Hehehe Ne Ich hab noch genug von von ZW Hm Welche Klasse ist gerade momentan richtig okay? Åh WP 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 Du musst dann nur noch mal GT machen, weil einige hier noch kein GT haben. Stellt euch mal in der Hakovic rein, in die Nähe. Kriegt jeder? Passt. Der Bauer ist elf. Ah, ah. Na ja, also man kann schon sagen, es läuft gut. Kommt auch mal wieder. Ja, 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 ja. Ich will mal wieder. Ja, ja, ja. Ich denk schon. Seem sicher. Ich hab echt auch mal wieder Bock zusammen. Also, es läuft ja nebenbei. Ich zeug das eh die ganze Zeit nebenbei so. Weil man ja da halt nichts machen muss. Aber ja, definitiv. Es ist geplant, wieder zu machen. Genau. Ey, hier, Unit! Ey, Gunner kennt irgendwie Marvin. Also muss der irgendwie. Wer ist das? Aber ich glaub es hat einfach mega viel Lack, weil ich mein, das Ding ist du kommst halt hier eigentlich kaum. Das Ding ist, der hat immer so einen Lack. Immer. Also wirklich so. Weil ich mein, kommst du mir gar nicht mehr an so viel Geld eigentlich. Oder an so vieles Kreuz. Ist das eigentlich so der Einzige der die ganze gestunden ist? Ja. Ja, weil die halt so. Also wenn er aber nicht mehr gestunden ist, dann haben wir auf alle Fälle ein Problem. Stimmt Fabi, mach mal Hauke. Stimmt, wir müssen drei Blades. Hä? Das ist ein Mork Attack. Noll. Ich erinnere mich an Methen 2, ja das war auch damals so das Spiel, wo, also es hieß halt immer so von wegen, ja es macht doch lieber Methen 2 oder es macht doch lieber Flip. Also das waren so damals die konkurrierenden drei immer raus. Alter, du bist ein scheiß troll, ich kann das gerne benutzen, weil ich den Sword in der Hand hatte. Was? Du hast den Sword in der First Hand? Nein, in der Second Hand, Alter. Achso. Ach man, das braucht doch für Angst. Junge Tresor ist im New Ranked. Ähm das, das Symbol hat ja auch Zeit. Das ist Nostalgie. Das ist Nostalgie, Mann. Nein, warum macht man das? Äh, da habe ich kein Hydrat damit. Also jedes Mal Hauke Attack reduziere so gefühlt die Hydrate um 10% oder so. Ja, ich habe dran gedacht. Und dieses Quotalia hast du auch, oder? Ja, das habe ich tatsächlich, aber ich habe es nicht benutzt. Nee, nee, es bringt nichts, du brauchst diesen Master-Buff. Das ist doch. Ah, Nick Quotalia ist Solo. Toll! Jetzt habe ich den Wechsel reingezogen. Oder? Oder? Nee, doch, das ist doch so. Alter, der guckt hier voll lucky! Da hoffe ich schon die ganze Zeit drauf. Jetzt schreibt hier schon wieder jemand englisch, what the fuck. Ja, der eine Typ ist auch, glaube ich. Ein englischer Boy. Der Farm. Der Farm ist, glaube ich. Guck mal, dem seine Flagge. Kannst du aber auch. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon mal eine... Oh Gott. Ja, ich meine, du musst dann nochmal was machen. Der Quatsch da. Ja, hier. Alter, das ist ganz schön holy intensiv, die Scheiße. Aber du hast das überhaupt rentiert für mich mit dem Geld. Kann mir mal jemand ansagen, wie laut der gerade ist? Ich habe den nämlich angeklickt. Nee, dauert noch drauf. Drei, vier... Ich kann den ja sogar angeklicken. Das ist eigentlich egal. Oh ja, hier bin. Ich meine, ich muss ja eh nur AFK draufhauen. Von daher. Zwei noch. Ja, haut schon noch drauf. Haut noch drauf. Haut noch drauf. Haut noch drauf. Bis der Lebensbalken ganz weg ist. Und jetzt offen. Ich würde sagen, alle hören auf und cool. Lol. Pull vibe. Auf harm, der SPP. Yes. Oh, oh, oh. Oh, lol. Oha. Ich raste aus. Nein, lol, nein. Aber kein Reset. Kein Reset. Sicher. Ich bin schon mal raus. Ich geh mal kurz raus. Ich geh mal kurz raus. Irgendwer bleibt drin. Irgendwer bleibt drin. Irgendwer bleibt drin. Ich bleib einfach liegen. What the fuck is this real? Ich kann's nicht glauben. Was war das denn auf einmal für ein Damage? War halt ein 12k, oje. Hm. Wow. So gehst du mit meinem Schirm schon die ganze Zeit. Oh man ey. Hast du mir die wichtigen Leute waffen? Aber du bist... Er hat ja immer noch keinen Reset. Hm. Also wenn er am Anfang nicht Reset hat, dann Reset hat er generell nicht mehr. Na ich glaube, wenn wir jetzt alle wieder aufstehen würden... Dann bekam... Machst du ihm die Drops eigentlich? Er wird liegen bleiben? Eigentlich schon. Ja, dann kriegst du ja. Ja ich bin ja immer in Range jetzt, wenn der jetzt gekillt wird. Nee, ich glaube Range gibt's nicht. Aber du kriegst dann doch gleich einfach. Ich glaube, du kannst sogar aus dem Dungeon raus sein oder so. Das ist mir auch gerade zu stressig alles. Ich glaube nachher wann bin ich raus. Was? Nicht dein erst mal. Was schuldig alter. Du musst noch landen, man. Ich dachte du bist fertig damit. Ja, ich habe gemerkt, dass es vielleicht risikoreich ist wenn ich... Du bist wenig. Genau wie ich. Das sind alle voll schnell, warum bin ich so langsam? Ah, weil ich mir kein Quip. Quip Step, ayo. Quip Step, wafter. Weil der hat... der hat ne Restfolder ein. Hm, das voll krass. Woher bekommt man den? Ja, vom Saugen. No. Level up. No. Das heißt, ich muss jetzt noch dabei bleiben oder was willst du mir damit sagen? Du kannst ja auch nebenbei lernen und du brauchst ja nur mit dem Boss dabei sein eigentlich. Nebenbei lernen. Ja, ich mein scheiß auf deinem Gleit, dann kann der andere... Ich kann nicht zwei Sachen auf einmal machen. Ja, hast du kein Multitasking? Nein, null. Mit Wahnsatzweise. Ohne Spaß. Bin ich ganz, ganz schlecht. Ungefähr so schlecht, wie ich mit zwei... Exels gleichzeitig spielt. So schlecht bin ich im Multitasking-Land. Also aktuell läuft es eigentlich ganz gut. Achso, bis auf die jetzt... ...und Minuten. Mh, gerade ein Vipe. Geh, geh. So Achtung, wenn ich jetzt diese... ...Plant-Ex-Jaw-Ant... ...and... ...und... 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 ...ja... ... ...guys, how f to work. Guys. Ich hau den mal hier schnell mit Tresor-Solo um. Ähm... ...ich wollt den Lars den. Okay. Ich mein, hätte den einfach Bock hingehen, mal hoppen, mal schauen, wo er umfällt. Nachdem. Einfach mal Risiko. Ja, einfach mal Risiko. Ja, einfach mal Risiko. So. Warte kurz. Und dieser Dexel hat sogar einen Ballant. Wo ist denn der? Hat er hinten? Na ja, ist super. Reste. Ja, stimmt. Ich hab überhaupt nicht dran gedacht. Weißt du, ich bin einfach im... Ich find's klapp. Du bist der Anti-Mate, Alter. Ich bin... Ja, ohne Spaß. Wir müssen jetzt... Ich weiß nicht, ob wir jetzt mal hauen sollten. Ja, wir brauchen einfach nur hier stehen. Ja. 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 Ich kann nicht einfach raufrennen. Ja, jetzt aber. Oder? Hat der Akko genommen? Ist halt Polen. Nein, es hat... Holy fuck! Wie ist es denn möglich, Mann? Was ist das für ein Fuck-Au? Warte kurz. Hau nicht um! Hau nicht um! Hau nicht um! Hau nicht um! Sicher? Ja! Wahrscheinlich hau ich gleich mal Gift um. What the fuck, Alter! Doch wie tat er das? Junge, was würd ich denn mit selbst passieren? Hau einfach weiter! Hau einfach weiter! Ja! Ich hab dann schon wirklich lebenswert noch raus. Alter! Wenn der Tresor einen im Kreis rät, dann ist es schwierig. Komm, komm, komm! Hau um! Hau um! Hau um! Hau um! Ich kann nicht draufhauen! Du bist langsam! Hast du keine Spielscroller dabei? Das ist so ein Scheiß! Weil der... Oh mein Gott! Und nix! Okay, ich hab keine Waffe bekommen! Nein! Nur Waffe! Peto drin, super! Ich hab beim letzten Mal nicht den Lasted, bin ich mir ziemlich sicher! Ich hab nen Demol! Ist der plus 12? Wahrscheinlich! Moment, Post! Du bist 12 sogar! Ja! Was? Ich nehm! Auch schon 7! Warum tradest du mich? Kannst du mir geben! Loll! 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 Ja komm! Einen mach es noch! Will jemand dir! Schon geil eigentlich! Ey, warte mal! Gib's mal! Tom braucht die glaube ich für sein... für sein STR-OE! Der braucht FP! Gib ihm das! Was? STR-OE braucht FP! Du brauchst das! Ja, aber für was denn? Was denn? Ähm, mit Paisen, McLeist, plus 9! Ist schon gut! Schon gut! Ja, ja, ja! You need that Demol! Eigentlich wollte ich ihn grad verschenken! Hast du es schon mal zur Verfügung? Ist es an der freien Verfügung? Ich hab noch 30...